Ich bin natürlich im Zürich-Oberland geboren, das ist mein Zuhause und das schönste finde ich, dass man genauso schnell am See ist, wie man auch in den Bergen ist. Und auch genauso schnell in der Stadt. Und das finde ich einfach sensationell, hier zu wohnen. Es ist wirklich so, dass die EVP die Schweiz zusammenhält. Wir sind die Partei, die Lösungen sucht, die wirklich versucht zu vermitteln zwischen rechts und links. Weil Pol-Parteien sehen immer noch schwarz und weiss und das bringt unser Land nicht weiter, sondern das blockiert unser Land. Darum braucht es unbedingt mehr Mitte, mehr CVP, mehr lösungsorientierte Politik in Bern. Also ganz dringend ist, dass man in der nächsten Legislatur der Rentenreform endlich eine Lösung finden kann. Weil mit der Steuerreform hat man jetzt zwar Geld eingeschossen, da ist aber das Problem nicht gelöst, sondern man hat einfach Zeit gewonnen. Und da müssen jetzt wirklich Parteien sich zu einem Kompromiss einigen. Die EVP ist klar dafür, dass man die Rente Mann und Frau auf 65 erhöht, aber sicher nicht höher. Und das flexible Rentenalter muss kommen, das ist sicher eines der grossen Probleme. Und natürlich die steigenden Gesundheitskosten, so geht es nicht mehr weiter. Das kann der Mittelstand irgendwann nicht mehr zahlen. Darum ist unsere Kostenbremse so wichtig. Und dann muss man Massnahmen ergreifen in der nächsten Legislatur, um die Kosten zu bremsen. Es gibt ganz viele Massnahmen, die man machen kann. Eine der wichtigsten ist sicher die Medikamentenpreise. Die müssen einfach mal gesenkt werden, die sind viel zu hoch. Und das zweite ist auch natürlich Eigenverantwortung, dass die Leute wirklich selber überlegen, muss ich wegen jedem Boboli in Notfall oder kann ich das vielleicht auch über ein Medikament in Apotheke lösen. Und das dritte ist ambulant für stationär. Auch da gibt es verschiedene Massnahmen. Da müssen wir natürlich noch die ganze Preisgestaltung regeln. Aber man sollte nicht für alles ins Spital müssen. Und wir haben auch jetzt wieder tendenziell zu viele Spitäler. Auch da werden wir die Spitalbetter sicher noch mal eher senken und viel mehr Angebote ambulant behandeln. Auf jeden Fall natürlich Liste 5 einwerfen. Die CVP ist wichtig, wie ich gesagt habe. Wir halten die Schweiz zusammen, wir bringen Lösungen, wir schaffen Kompromisse und die sind extrem wichtig im Parlament. Auch im Nationalrat, im Ständerat sind wir ja gut vertreten. Aber wir brauchen die CVP im Nationalrat. Darum unbedingt Liste 5.